Hallo, Bella. Willkommen in meiner Wohnung. Danke für die Einladung. Die Wohnung ist super. Danke! Wo ist bitte die Toilette? Die Toilette ist dort hinten. Was kostet die Wohnung im Monat? Die Miete ist 600 Euro pro Monat inklusive Betriebskosten, nur der Strom ist extra. Das ist günstig. Aber es ist eine sehr schöne Wohnung. Danke! Bitte komm in das Wohnzimmer. Es gibt Kaffee und Kuchen. Hallo, ich heiße Bella. Ich komme aus Deutschland und ich lerne Deutsch. Wer bist du? Let's learn German now, with the best. Hallo, ich bin's, euer Michael. Willkommen bei einem kostenlosen Deutschkurs auf deutscher1.com. Hallo Leute, ich bin Bella und gemeinsam lernen wir heute wieder Deutsch. Mal gucken, was das Team von German-Deutsch.com diesmal für uns vorbereitet hat. Kapitel 7, Deutsch lernen mit Dialogen für Anfänger, neue Wohnung, Konversation. Hast du eine große Wohnung? Haben Sie eine große Wohnung? Ich lebe in einer 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss. Ich habe ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Die Küche ist im Wohnzimmer. Die Wohnung ist sehr hell und hat einen Balkon. Ich brauche eine große Wohnung, weil wir ein Baby bekommen haben. Grammatik, Nebensatz mit Konjunktion weil, Hauptsatz, Verb an zweiter Position, Nebensatz, Verb an letzter Position, Kausal warum? Ich brauche eine große Wohnung, weil wir ein Baby bekommen haben. Konversation, hast du ein schnelles Auto? Haben Sie ein schnelles Auto? Ich habe einen sportlichen Familienwagen. Grammatik, Adjektive, Artikel im Nominativ-Akkusativ, Maskulin, Feminin, Neutral, Plural, Indefinitartikel, Erster, ein sportlicher Wagen, Vierter, einen sportlichen Wagen, eine große Wohnung, ein schnelles Auto, schöne Zimmer. Definitartikel, Erster, der sportliche Wagen, Vierter, den sportlichen Wagen, die große Wohnung, das schnelle Auto, die schönen Zimmer. Konversation, Brauchst du eine neue Wohnung? Brauchen Sie eine neue Wohnung? Ich brauche eine neue Wohnung. Ich brauche sie. Grammatik, Personalpronomen im Akkusativ, ich, mich, du, dich, er, ihn, sie, sie, es, ihn, wir, uns, ihr, euch, sie, 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 sie. Powered by German MinersDeutsch.com